Seit ich 10 war, wollte ich Sportjournalist werden. Ich fand immer Carla Blumner-Klasse, die rasende Reporterin bei Benjamin Blümchen. Der beste Rat meiner Mutter. Der beste Rat war mehr ein Befehl meiner sonst eigentlich sehr freierziehenden Mutter. Einmal musste ich, als ich 10 war, die 10 besten Filme der Filmgeschichte anschauen, was mich echt sehr viel gelehrt hat. Auf der anderen Seite musste ich, als ich 10 war, bis ich 18 war, jede Woche einmal Klavier lernen. War einerseits eine Pflicht, aber gleichzeitig war es auch echt sehr, sehr erfüllend, weil ich gelernt habe, dass Kreativität nichts ist ohne Systematik. Ich habe unterschätzte Talente als? Meine unterschätzte Fähigkeit ist die eines Tetris-Spielers am Gameboy. Ich war zwischendurch sogar mit meinem besten Score Nummer 3 der Welt. Mir war meine leider runtergefallen auch 12. Meine heimliche Schwäche? Meine heimliche Schwäche sind Zombie-Apokalypsen und alle Weltuntergangs-Szenarien. Ich glaube, es gibt keine Zombie-Serie oder Filme der letzten 10 Jahre, die ich nicht gesehen hätte. Man könnte da ein bisschen drüber reißen, dass das auch was mit der Medienindustrie zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz, ich liebe solche Filme einfach. Mein Vorbild? Ich habe zwei Vorbilder, James Cameron und Christopher Nolan. Beides Regisseure, bei denen ich einfach super finde, wie sie alle drei Dinge vereinbaren können. Das eine ist Kreativ, neue Maßstil besetzen. Das zweite ist gleichzeitig technisch, dabei etwas komplett Neues zu erfinden. Und drittens ganz wichtig, dass das auch kommerziell funktioniert. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Mein Lieblingsspruch ist der von Disneys König der Löwen, Hakuna Matata. Als vorübersetzt sowas wie, es gibt keine Schwierigkeiten oder immer eine Frage der Sichtweise. Und so haben wir eigentlich auch Personen gekundet. Es gibt keine Schwierigkeiten. Wir machen das, was am schönsten ist. Irgendwas mit Medien, irgendwas mit Sport. Entsprechend, egal wie anstrengend es manchmal ist, eigentlich die Sichtweise ist entscheidend. Es gibt vielleicht gar keine Schwierigkeiten. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Ich fände es unschön, wenn sowas gesagt werden würde, wie er hat sein Leben der Arbeit gewidmet oder ähnliches. Arbeit ist toll, Arbeit ist wichtig. Arbeit hält uns am Leben. Aber nichtsdestotrotz möchte ich doch lieber über private Dinge gesprochen bekommen als über die Arbeit. Touri 2 Edition 22 Inspiration für Kommunikationsprofis Sprecher 2 Edition 22 Sprecher 2 Edition 22 Sprecher 2 Edition 22 Sprecher 2 Edition 22 Sprecher 2 Edition 23 Sprecher 2 Edition 23